Ich heiße Aileen, ich mache Fußball-Freestyle und die Jungs vom FC Zürich werden gleich die blauen Wunder erleben. Hi Jungs, habt ihr Lust ein bisschen zu kicken? Das kann nicht, das kann nicht. Okay, ich zeig mal. Sehr schön, und jetzt? Ja, im Auge! Ja, ich bin ziemlich viel dran mit dem Baulich am Spielen, vor dem Training, nach dem Training. Hey, macht mir immer viel Spass, aber sie ist natürlich ein ganz hohes Niveau. Ein Ballsatrick! Oh, noch mal, noch mal! Treffen und landen. Nur die Drehung fehlt. Hast du einen anderen Trick, den du mir zeigen kannst, also den ich dir nachmachen soll? Oh! Oh! Komm, was auch! Oh! Schön! 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 Herr Rainer, hast du noch einen Trick für mich? Oh! 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 Okay. Ja, ist natürlich gut, vor allem als Frau macht ich das super. Und ist schön zum Zuschauen. Danke. 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 Danke, danke! Es ist alles gut, wenn du dir möchtest.